Hitler kann den amerikanischen Judenschützern leicht versichern, wir würden jedem Einzelnen ein Freibillett und einen 1000-Mark-Schein als Taschengeld mitgeben, wenn wir sie loswerden können. Er hat sich wohl nicht den Andrang derer vorgestellt, die da top sagen würden oder auch gemacht und die einen deutschen Mann beim Wort nehmen wollten, nichts anderes wünschend, als draußen dafür zu sorgen, dass das falsche Gerede von Barbarei und Terror verstumme. Schön wär's ja, wenn zum Beispiel die Ausreise nach Österreich den 1000-Mark-Schein, den sie kostet, eintrüge. Jede Kreatur möchte frei leben, Gott gewollt. Aber sie kann halt nicht immer, selbst wenn sie sich noch in keinem Konzentrationslager befindet. Die Lieder, die dem Befreiungsgedanken Ausdruck leihen, waren in Berlin stark begehrt, als die Gemüter noch von der Genugtuung jenes Boykott-Tages erregt waren, dessen volkswirtschaftlicher Erfolg an den moralischen nicht heranreichte. Damals fanden auch noch die parteioffiziellen Ansichtskarten Nachfrage, die etwa die Szene vorführten, wie der brave SA-Mann in Ausübung seiner harten Pflicht vor dem Laden stand, auf dessen Fenster geschrieben war, »Dir Judensau sollen die Hände abfaulen!« Oder wie ein invalider Arbeiterführer, Herzensgüte Scham, Angst und Ergebung im Gesicht, gefolgt von zivilem und bewaffnetem Jan Hagel, in einem Hundekarren geführt wird. Oder wie ein Münchner Anwalt, der bei der Polizei wegen der Verschleppung seines Klienten angefragt hatte, mit abgeschnittenen Hosen und einer Tafel an der Brust, »Ich bin Jude, aber ich will mich nicht über die Nazis beschweren!«, von Radfahrenden Spukgestalten eskortiert wird, ins Konzentrationslager, wo dann die Erschießung auf der Flucht erfolgte. Seitdem insbesondere diesem Bildnis im Ausland, welches ihm den Titel gab, »Zurück zum Mittelalter«, die Werbekraft des Gruppenbildes derer, um den Battisti Leichnam zuerkannt wurde, soll die Schaustellung nationaler Trophäen gehemmt worden sein, indem sich doch die Erkenntnis einer Mitschuld an der Gräuelpropaganda durchrang. Es heißt, dass nicht nur mit dem Kitsch aufgeräumt wird, sondern auch mit den seriösen Erzeugnissen der fotografischen Aufnahme von Einzelaktionen, die geeignet wären, der Außenwelt ein falsches Bild zu vermitteln. Formulare für die Bestätigung, dass einem Gefolterten nichts passiert sei, sind noch in Gebrauch und liegen ordnungsgemäß für jeden, dem es gelingt, ein braunes Haus zu verlassen, in der Anstalt auf. Diese Stelle ist ein Beleg dafür, dass Karl Kraus sehr wohl etwas zu Hitler eingefallen ist. So wie auch zu Goebbels, Göring und einigen anderen nationalsozialistischen Tätern. Das Zentrum des Buches bilden Fakten der Gewalt, die seit März 1933 von der deutschen und internationalen Presse berichtet werden und die jeder Zeitgenosse lesen konnte. Karl Kraus analysiert die Reaktionen auf diese Fakten der Gewalt. Er analysiert die deutschen Schriftsteller, die für das In- und Ausland diese Tatsachen der Gewalt schönreden. Die Worteilfe der Gewalt, Gottfried Benn, Binding und Heidegger zum Beispiel. Viele Seiten in diesem Text sind auch der Kriegsgefahr für Österreich gewidmet und warum Engelbert Dolfus ein besserer Verteidiger vor der deutschen Kriegsgefahr sei als Otto Bauer. Als diese Einschätzung bekannt wurde, war Kraus über Nacht unberimmt und noch heute glauben viele auf die Lektüre des Buches wegen dieser problematischen Einschätzung verzichten zu müssen. und dannこれは die Reaktionen und die Veröntung Der Kriegsgefahr sei verblendet mit dem Bezug auf die Linken die Fröhre des Buches und der Kriegsgefahr sei aus dem Teil des Buches und die Worteilfe bei der Kircheln und die Großen die Kircheln mit den über die Kircheln von der Kircheln Vielen Dank.